Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Turk Evolution. Ich bin immer noch hier und werde jetzt die weiteren Schalter aktivieren. Genau das ist mit dem gleichen Schema, denke ich mal. Ja, da ist einer. Dann vermute ich mal, dass... was ist da hinten? Nichts? Okay. Hier ist auch kein Schalter mal wieder. Das heißt, ich muss hier runter gehen. Wer hätte es gedacht? Und den hier aktivieren? Das ist immer das gleiche Spiel. So, Minigun Rounds habe ich schon volle Amo. So. Warum hier Raketen, Moni liegt? Ich weiß nicht. Kommt hier jetzt ein Schiff? Oh ja, tatsächlich. Da ist ein Schiff. Das mich gleich mal fast platt macht hier. Alter. Kommt mal klar. Ja genau, roll runter. Genau. Das empfehle ich dir immer mal. Das kann nie schaden. Wo ist das Schiff jetzt hin? Hallo? Wehe, das überrascht mich jetzt hier. Ich meine, drei Schüsse und ich bin platt. Super. Ganz großes Kino hier. Oder ist es ja? Ich hasse Laser. Das ist immer noch nicht kaputt. Nein, nicht von... Oh Gott. Was für ein Chaos. Hä, was sind die Zielrunde geflogen? Bin ich jetzt total bescheuert? Ich hole mal kurz hier nochmal ein bisschen Raketen. Äh, ja. Scheint mir Spaß zu machen, zu explodieren. Übertriebenermaßen. So, wechsel schnell zum Minigun. Das wäre sehr praktisch. Genau. Oh fuck. Strafe-Tonies wirkt hier. Ich... Ich bring mich hier noch um, Leute. Fuck. Okay. Ist hier noch was? Oh. Der läuft immer nach links, obwohl ich gar nicht nach links drücke. Ich läuft nur geradeaus oder nach hinten und der läuft nach links. Super. Gut den Controller kalibriert, oder was auch immer. Ähm, jo. Okay. Dann dürfte hier ein weiteres Laserfeld down sein. Welches ist es denn? Ich glaube das hier, ja. Okay, das Medikit möchte ich noch nicht nehmen. Sondern noch warten. Oh Gott, Sneafiel. Fuck. Ich nehme mich auch noch mit. Du brauchst dich gar nicht zu verstecken von mir. Bei mir gibt es keinen Com. Der ist recht nicht für solche wie dich. Solche wie du. Kamatec-Fail. Äh, ja. Okay, gehen wir mal hier runter. Dann, zack. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht wieder so ein doofes Schiff, das mich mit einem Schuss, äh, gefühlte 50 HP abzieht. Okay, Forcefield deactivated. Sehr schön. Und ich höre schon wieder Gegner. Deswegen nehme ich mal die Minigun. Habe ich da noch was übrig? Ja, Tatsache. Oh, fuck. Okay. Plasma-Battery. Ich habe lang keine Flamethrower-Ammo mehr bekommen. Oh, 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 oh. Und hier ist auch noch einer natürlich. Die Sklaven von Info-Battery. Fuck. Alter Schwede. Hier geht echt die Party ab, hier. Naja. Ich höre immer noch Steps. Aber ich gehe mal weiter. Okay. Fuck. Alter, du kannst mich doch gar nicht mehr treffen. Du, reg mich mal nicht auf, hier. Du hast hier gar nichts zu melden. Okay. Ich habe es nicht anders gewollt. Natürlich, die treffen mich durch die Wand wie noch was. Ja, roll ruhig runter. Du bist sowas von dumm. Was glaubst du nicht? Und du roll auch runter. Eigentlich ist das Level ganz leicht. Man muss die einfach nur, ja, ihre Blödheit ausleben lassen. Und dann hat sich das. Bei denen möchte ich so töten. Ha. Gibt es echt keinen Kommen bei der Waffe. Bam. Okay. Ist gut. Oh, natürlich treffe ich ihn nicht. Da muss man wohl die altertumliche Methode einfach anwenden. So. Was gibt es hier? Raketen. Rocket Clusters. Kann ich eigentlich auf die Dinger da oben drauf? Ich denke schon, weil das sind ja immerhin ein paar, ja, Ammos. Äh, Ammos. So liegt da eben rum. Ich treffe mich. Und verschwende hier meine ganze Minigun-Ammo. Shit. Sollte man ein bisschen aufpassen. Ja, warum mache ich nicht? Nehme ich doch mal die Plasma-Gun. Mit dem Simple Mode. Oh, ich höre schon wieder tausend Gegner. Schön, dass das so lange wartet auf mich. So. Die Shotgun-Ammo spare ich mir mal. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, beides sind beinlos. Ne, nur einer. Um Gottes Willen bin ich schlecht. So. Noch einer? Ja, der da hinten. Tschüss. Ich sammle mal unten nochmal diese Dinger hier ein. Lass mal, Muni. Ist da unten was? Oh Gott, das... Hä? Ach, die sind runtergerollt. Haben die es überlebt? Ich glaube, ich spinne. Das haben die tatsächlich überlebt. Meine Güte. Was für ein Spiel. Ich bin echt... Ich bin echt... Ja. Ja. Positiv überrascht. Beinahe wäre ich hier wahrscheinlich am Aufzug gestorben. Aber es ist eine neue... Äh... Zone. Bin ich mal gespannt, was jetzt hier abgeht. Sacrifice. The enemy must not take the city. Or the forces will besiege. Galiana. Unchecked. Make your way to the Tether release terminals to carry out the Senate's plan. Then escape. Ja, ich würde mich mal freuen, hier bald fliehen zu können, weil das Level regt mich auf. Sprech, du Pigg. Wo sind die anderen Senatoren hiding? Du hast es noch nicht zufrieden. Wir sehen uns über das. Wie er halt einfach hier hochkommt. Das sieht lustig aus. Und ich habe natürlich die richtige Waffe in der Hand. Egal. Kein Hinternis, dich hier platt zu machen. Ha. Wow. Dankeschön, Herr. Aber ich glaube, Sie sind zu lange. Da ist kein Zeitpunkt. Ich habe gesagt, dass die Senate hat entschieden, dass die Tethers zu verlassen und zerstören die Stadt. Sie sind bereits auf der Weg zu den anderen drei Kontrollen Terminals. Ich verstehe, dass sie recht sind, natürlich. Ich kann mich selbst nicht machen. Aber jemand muss die Kontrollen Terminal aktivieren. Können Sie das tun? Ja, ich werde dir helfen. Oh Gott, also müssen wir jetzt hier hoch. Ich würde dir mal empfehlen, eine neue Gesichtstextur zu besorgen. Du siehst nämlich scheiße aus. So. Das wollte ich mal gesagt haben. Und ich glaube, ich nehme jetzt besser meine Granate in die Hand. Ich habe so ein ungroßes Gefühl hier, weil es hier wahrscheinlich tausend Gegner sind. Ist klar. Wow. Shit. Hier geht es ja ganz schön ab. Und ich werfe mich selber ab. Ist klar. Ich bin so scheiße, Leute. Liegt es hier zu welchem Medikit für mich rum? Ne. Natürlich nicht. Es wird wohl oben irgendwo rumliegen. Gehe halt ohne mich. Blöder Aufzug. Was ist denn das für eine Technik? Jetzt sagt bloß, der bleibt oben stehen. Dann lache ich. Dann sage ich nur Fail an die Programmierer. Dass sie sowas nicht beachtet haben. Hallo? Shit. Ne, es darf es nicht... Ist es nicht euer Ernst? Ist nicht euer purer Ernst, oder? Ne, es kommt runter. Alte Schwede. Warum muss ich eigentlich das Ganze schwimmen? Oh, ist so aufregen. Fuck. Alter, nur noch 10 HP. Fuck. Alter. Alter. Ich bin echt platt. Fuck. Leute. Muss das sein? Wobei, ich bin ja hier am Spawn. Eigentlich könnte ich ruhig sterben, aber... Ich will nicht sterben. Ich möchte den Gegner hier... Warum muss der auch hier so eine Fall Damage nehmen, ey? Fuck. Wo kam das her? Oh, oh. Schon wieder? Ach da. Jetzt habe ich ihn. Oder er hat mich. Eins und beiden. Oh Gott. Scheiße. Oh, fuck. Ich hoffe, der ist tot. Ne, ich warte zur Sicherheit nochmal. Ja, er ist natürlich nicht tot. Wenn ihr wüsstet, wie scheiße mein Controller hier ist, dann... ...würdet ihr verstehen, warum ich hier so halb am fehlen bin. Und er ist noch nicht tot, ist klar. Oh Gott. Wenn ich jetzt noch vom Aufzug runter fliege, ja, dann ist alles perfekt. Ich meine, ich muss jetzt nur noch das Medikit einsammeln, dann ist alles gut hier. Wenn ich jetzt nicht irgendwas ins Gesicht bekomme, irgendein... ...Mega-Hit. Oh, ich weiß schon, was hier wieder ansteht. Ich schaue mal eben nur auf die Zeit. Oh. Das könnten wir noch in dem Part schaffen. Ja, ich gehe einfach mal drauf. Jetzt gibt es nämlich hier wieder diese scheiß, ähm... ...ja... ...Stör-die-Schiffe-Emissionen. Mit diesem superschnellen... ...Transport-System. Naja. Solange es keine Laserschiffe sind, die mich instant platt machen, bin ich ja froh. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus, das sind Laserschiffe. Fuck. Habe ich den überhaupt getroffen? Nee. Nee. Aber jetzt. Und jetzt habe ich mich auch noch selber getroffen. Ja, komm halt noch näher. Ich kann ja fast... ...in euer Schiff reinschauen. Und hier ist noch ein zweites. So werde ich gar nicht getroffen. Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Aber nicht schlecht zu wissen. Und ich glaube, jetzt kommt noch eins und dann habe ich es auch geschafft. Und ich hoffe, mir davon erwarten nicht wieder 100.000 Gegner auf mich. Kann ich die Dinger eigentlich auch abballern? Die Sussendus hier in der Luft rumschliegen. Und da ist noch eins. Okay. Ah, von vorne diesmal. Fuck. Und tschüss. Die Zeit ist um. Schade. Was heißt schade? Ich laufe jetzt noch hier vorne rum. Also ich stoppe jetzt hier nicht extra. Wegen diesen... Jo. Wegen dieser super Action hier. Dieser geilen Szene. Mit dem fliegenden... Ja. Wie soll man das nennen? Keine Ahnung. Rail Station. Eigentlich ist es ja eine Seil Station. Also ganz old school hier. Naja. Komm hier Gegner raus. Ja. Das war ja so klar. Fuck. Hoffentlich reicht das aus. Ja. Ich werfe jetzt sicher noch mal eine Granate hin. Man weiß ja nie. So. Sammle hier noch alles ein. Ist hier noch was? Nein. So. Schön aufrüsten. Und dann heißt es für euch. Tschüss. Bis zum nächsten Part. Ich hoffe ihr schaltet wieder ein. Bis dann. whomadd Solar. словem Paranzen. 고�ем Jahr. mail ich. minimizing écrit LLC. Manchmal. Na. unique ed. usuで. Das ist notifications. Vielen Dank.